Eine neue Folge eures Fan-Votings Tor der Saison, präsentiert von Lotto. Und heute könnt ihr euch zwischen diesen Treffern entscheiden. Yanni Serra im Heimspiel gegen den VfL Bochum. Emma Joa gegen seinen Ex-Club Erzgebirge Aue. Jay Sung Lee im Spiel gegen den VfB Stuttgart. Makana Baku beim FSV Salmrohr. Salja-Chan auswärts beim SV Sandhausen. Und jetzt seid ihr dran. Ladet euch die offizielle KSV App runter, meldet euch an und stimmt für euren Favoriten. Die App finden iPhone-User im App Store und Nutzer eines Android-Handys werden bei Google Play fündig. Viel Spaß und, na klar, Kiel Ahoi! Kiel Ahoi! Kiel Ahoi! Kiel Ahoi! Kiel Ahoi! Kiel Ahoi! Kiel Ahoi!